Ich bin drüber. Ich bin gar nicht mehr auf der Karte. Oh! Weil was? Was? Was denn hier los? Wo bin ich? Ich stehe. Für die Wissenschaft, Leute. Für die Wissenschaft. So muss das. Zwei Leute kennen die Strat. Einer geht aber ein bisschen weiter nach hinten. Also kennt nur einer die Strat hier. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Mach dich weg! Wieso habe ich den jetzt nur noch für das Leben? Was ist denn das für ein Typ? Wann hat denn der mich angeschossen? Was? Was zur Hölle? Selbst schuld, wenn er hier reinkommt. In mein Haus. Warte mal, ist der jetzt da? Ah, der ist auf jeden Fall da raus. Okay. Komisch, ey. Komischer Typ. Der rusht mit einer Pistole. Also ich meine, kann ja sein, dass ich keine Waffe habe. Aber, also... Ich gehe mal davon aus, wenn ein Gegner irgendwie schon in einem Haus drin ist, dann wird er mindestens eine Pistole haben. Und wenn ich auch nur eine Pistole habe, dann finde ich das immer ein bisschen blöd, sowas zu rushen. Oh, hier ist doch noch eine. Also waren es doch zwei. Okay. Okay. Ob der hinten rausgehen wird? Warte mal, wenn ich Steuerung gedrückt halte, also dieses langsame Gehen, dann kann ich nicht Q drücken. Es geht nicht. Aber wenn ich das so mache, dann funktioniert das. Sauber. Gestern gab es ein 900 MB Patch. Ja, wow. Der 900 MB Patch war dafür da, dass die Graffitis rausgenommen wurden. Diese Twitch Graffitis. Ähm, und die alten wieder reingemacht wurden, oder neue jetzt, glaube ich. Die Twitch Verlinkung wurde rausgenommen und die Gamescom Kisten. Und das war's. Vielleicht noch ein paar Shadow Patches, aber mehr auch nicht. Da unten, den habe ich gesehen, den Typen. Den haben wir gesehen. FPS, wenn ich jetzt hier hinschaue und mich nicht bewege. Jetzt habe ich gerade 72. 72. Aber manchmal habe ich auch nur 40. Oder 30. Oh. Oh, das ist schon noch ein bisschen weiter weg. Habe ich so viel mit? Das geht. Du kennst Spoon nur mit Husten. Ja, genau. Ja, stimmt schon. Oh, da ist auch ein U.A.C. Der hat sich einfach hinterm Baum versteckt. Wow. Das sieht schon irgendwie seltsam aus, oder? Wie der so seinen Bauch bewegt. Wie so ein Aal. Richtig komisch. Wow. Da ist ein Spieler dran gewesen. Wow. Da ist ein Spieler dran gewesen. Anima. Lol. Gibt's ja nicht. Wow. Gibt's ja echt nicht. Hat er einfach mal da dran gewartet. Achso, warte mal. Sein Helm. Aber gut, ich habe dem, glaube ich, einen Kopfschuss gegeben, oder? Der ist genauso kaputt. Auch 30. Ich hätte auch einfach weiterfahren können. Dann wäre der irgendwie hier dagestanden. So, ab nach Poringi. Rein hier. Da ist auch ein neuer Zweierhelm. Sehr gut. Mit dem dicken Herzen hier im Chef. Das Boot heißt, dass wir sagen, jeder, der das Spiel besitzt, macht sich strafbar. Dankeschön für deinen Support. Der ist hier gerade rein, ja. Oh, ich habe ihn gesehen. Oh, Dankeschön. Das ist so bescheuert einfach, ey. Ich sage euch das. Oh. Das ist diese Fenster. Ich liebe das. Ich liebe es. Uuh. Schallgedämpfte Car. Wahrscheinlich auf dem Camperdach, denke ich mal. Jetzt haben wir den Typen leider nicht bekommen. Der war sogar ein bisschen aggressiv. Also, er wollte uns fighten. Oh, da haben wir auf jeden Fall im richtigen Moment geschossen. Der will nicht leben. Warte mal, war da noch einer? Das ist ein Schmetterling. Oh. Ich habe auch schon erlebt, dass bei größeren Streamern der Chat wirklich einfach eingeschlafen ist. Das kann auch einfach, das kann auch sein. Die Leute müssen nicht immer so richtig aktiv schreiben. Und dann musst du eben die Chance nutzen, ne. Wenn du da mal irgendwie beachtet werden möchtest. Also, ich bin auch schon gelesen worden bei Leuten, bei deutschen größeren Streamern mit über 1000 Zuschauern. Und das ohne Haken. Also, jetzt mit Haken ist natürlich ein bisschen, ähm. Da gucken andere Streamer ein bisschen mehr hoch, würde ich jetzt meinen. Ah, schau mal, das ist ein Auto. Da muss er irgendwo in dem Haus hier sein, denke ich mal. Hat er sogar einmal rausgeschossen. Von ganz weit hinten. Irgendwo hinten auf dem Berg könnte das sogar sein. Ah ja, ich sehe ihn. Okay. Ja gut, er ist halt genau an der Bergesgrenze da. Ich weiß nicht, ob ich da was machen kann. Sieben Ammonie habe ich noch ein bisschen. Ich würde versuchen, bei den Typen hier zu looten. Games auch hier? Wo? Ach da. Ah. Das goldene cool Story Spoon. Oh. Grüß dich. Oh, der hatte richtig schönes Zeug. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was mache ich hier gerade? Ja, klar. Ach so, ja, genau. Nächste Woche, Samstag, Community Games. Wer Lust hat, siehe Discord. Oder oben ist einer. Der hat mich, glaube ich, schon gesehen. Nee, hat er noch nicht. Ich darf nicht so spammen mit der M16. Ich würde fast schon gerne unten lang laufen, aber ich weiß nicht, wie der Typ jetzt hier reagieren wird. Ich könnte mir sogar den UAZ nehmen, aber der Berg ist halt drin, ne? Ah, da, da ist einer. Ah, jetzt. Ich weiß halt nicht, wie der andere jetzt reagieren wird, ob der mich absnipen will. Der ist, glaube ich, unten lang gelaufen. Mist. Das ist nicht gut. Weil ich glaube, der pusht jetzt genau da hinter dem Baum, wo ich den nicht sehen kann. Oder er hat da hinten so einen kleinen Hügel gehabt, wo er sich verstecken kann. Da läuft auch noch einer rüber. Oh, da steht er doch. Da stand er doch. Oh. Der kann halt jetzt hier überall sein, ne? Der Typ. Ah, Fat Person, ne? Kann sein, dass der mich schon gesehen hat. Ob der da unten drin ist? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn leider nicht. Kann auch sein, dass der... Ach, das war doch wahrscheinlich der Typ von unten, oder? Gibt es eine andere Welt als diese? Ein klares Ja. Von vorhin. Der muss bestimmt irgendwo an einem Baum sein oder so. Da unten vielleicht. Ja, da stand er. Ich habe ihn gesehen. Der andere ist jetzt an dem Stein dran. Wir haben noch drei Leute. Mein Berg ist auf jeden Fall drin. Was ganz gut ist. Weil dadurch kann ich halt alle weg, third person, ne? Ist jetzt eigentlich eine ziemlich krasse Pose hier, muss man sagen. Okay. 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 Wir werden noch mal hin. Shit, 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 shit. Shit, das war richtig blöd. Ich hab vergessen, dass ich Burst an hatte. Ist der Baum noch drin? Nee, ist er nicht. Doch. Wo guckst du hin, ha? Dritter Win heute. Hey, was ist da los? Und selbst in 4th Person. Einfach mal geholt hier. I reached the top and had to stop. And that's what's bothering me.